so und so viel holz werde ich wahrscheinlich auch nicht brauchen und dann müssen wir aussortieren die 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 da die die brauche ich eigentlich so viele steine ich glaube es nicht wenn ja dann können wir uns ja immer noch mal was holen das kW lasse ich jetzt auch einfach mal hier direkt brauchen wir auch nicht so viel holz holz da werden wir wahrscheinlich doch ganz viel brauchen und dann zimmern wir uns mal schnell zimmern wir uns mal schnell noch so ein paar stilis so 40 und dann machen wir uns jetzt mal einer zwei eisenschaufel einer zwei spitzhacken klöpp nimm auf lassen das hier rein und tschüss obwohl die wies ja lauf vor ist lauf wie du noch nie gelaufen sein gewesen bist knochen hier können wir uns auch noch mal so einen kleinen brunnen oder sowas anlegen mal kurz moment ja ich weiß dass ich dann immer schief laufe ich muss jetzt einfach mal ganz kurz ähm naja nicht räuspern sag ich einfach mal so an der höhle vorbei wo ist mein haus da oben da müssen wir uns mal vorbeigekommen das weiß ich noch hier sind die fackeln so und ich fange jetzt einfach mal an und zwar genau hier am grunnen hier hängt zwar noch der rest von dem krempel rum und da steht auch noch ein baum und so aber wir können ja die feinarbeit dann immer noch machen ich fange jetzt an hier meine guckuk zu bauen genau hier wir haben den ersten block unserer farm gesetzt so jetzt muss ich aber mal überlegen ich würde es gerne machen wie oben das wir erst mal vier sechs sieben acht neun zehn reichst du die lumpe ja Mistzeugen tschuldigung zehn elf zwölf 13 14 15 16 17 17 17 18 19 20 reicht das für eine farm wo man vielleicht dann auch noch mal so teilen kann so es müssten jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und in die richtung müssten es jetzt auch zehn eins zwei drei vier fünf sechs zehn acht neun zehn jetzt haben wir aber elf aber wir wollen hier unser gebäude teilen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn können wir hier schon mal zu machen zehn ich mache es einfach mal komplett zu machen ich habe wurscht erst mal ne so dann sind das aber neun ne eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun dann muss ich es hier zu machen dann muss ich es außen zu machen weil ich möchte eigentlich schon zehn haben das flab plab 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 und plab so holts we need much more holts jetzt wirst man nämlich hier das gleiche tun komm mir denn nie zusammen raus aus dem bildung das gibt es doch nicht so dass hierhin frameskip zehn zehn elf genau jetzt haben wir schon mal jippie aie schweinebacke so eine grundform so jetzt haben wir ja hier zwei zimmer theoretisch müsste das jetzt ungefähr die mitte oder ist das die mitte 1 2 3 4 1 2 3 4 ach das war doch alles jetzt muss ich doch die seite theoretisch auch noch eins rausziehen Kinder wenn wir sowas machen dann machen wir das halt auch richtig oder so ach frameskip was ist los wenn man es machen würde ich klicke hier wie ein blöder und er hat trotzdem zehn immer aufgelassen so so und so und dann nehmen wir nämlich innen hier einfach alles noch eins weg und haben damit auch eigentlich eine mitte eine mitte hoffe ich 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 dann müssen wir natürlich die seite auch noch eins rausnehmen 5 genau und das ist jetzt genau die mitte sehr schön so dann hacken wir hier die klötzchen auch noch wieder weg ja ja das macht alles spaß schön freu ich mich gut jetzt haben wir nämlich erstmal so einen groben umriss na was ich noch gerne hätte ist halt eine eingangshalle ja wir müssen sowieso dann gucken wo wollen wir einen eingang machen wir können jetzt zum beispiel es so machen dass wir ähm vielleicht hier wo die zwei schweine stehen unseren eingang machen hier bei unserer kleinen thermal quelle weißt du ja dass wir hier unseren eingang haben und dann nach hier einfach unsere felder nebeneinander die paar bäume können wir dann noch weg und so kommst du halt hier in den ersten raum weiß ich noch nicht und hier in den zweiten raum weiß ich auch noch nicht ähm und wir können theoretisch das ganze halt auch noch nach links beziehungsweise nach hinten ausbauen ach ich hab so viele ideen hui und jetzt würde ich sagen machen wir erstmal zu hier dass das erstmal zwei hoch ist damit wir halt erstmal eventuell die nacht überleben in irgendeiner Art und Weise und aber nicht jedes mal wenn die nacht ist irgendwie hochgehen müssen in unserer hütte in unserer notunterkunftshütte beziehungsweise in unseren aussichtsturm um einfach zu überleben und das schaffen wir aber nicht weil wir dann irgendwo runterfallen da würde ich halt ganz gerne vielleicht sagen wir übernachten hier jetzt oder machen hier halt dann einfach weiter zwei hoch reicht ja schon so jetzt hole ich mir die Fackeln dahinten damit wir drinnen ein bisschen beleuchten können und du auch komm mach da aber ich treffe mal die Fackeln nicht vielleicht sollte ich nicht so wild um mich kicken stört euch mein Klickgeräusch überhaupt hört ihr das und das ist blöd so Moment jetzt mach ich einfach mal hier so einfach mal zu stelle aber hier ein Klotz hin genau in die Mitte dass wir wissen da ist unser Ein- und Ausbahn jetzt beleuchtet jetzt beleuchtet mal den ganzen schönen Krempel hier einfach mal ist jetzt egal ich setze jetzt einfach mal hier sporadisch ein paar Fackeln hin damit wir einfach mal was sehen so ihr Lieben jetzt fangen wir an schon mal so ein bisschen Innenausbau zu machen so ein kleines bisschen so ähm ja ich hab noch keinerlei Idee wie wir unser Zimmer hier machen wir einfach mal eine Doppelkiste einfach mal hier hin und schmeißen schon mal das Zeug rein was ich jetzt im Moment definitiv nicht gebrauchen kann so das kann auch rein Cobblestone behalte ich mal Dreck auch aber ein bisschen was nur so weiß ich das reicht ja theoretisch die Schaufeln können erstmal hier rein Spitzhacken brauchen wir jetzt theoretisch auch nicht können wir eigentlich auch erstmal hier so hacken äh Äxte meine ich brauche ich jetzt Schaufeln so dann tun wir uns mal hier so ein bisschen Holz hin den Dreck hier hin den Dreck hier hin so ich denke auch wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz EIs Creeper Imagine das ist für den Dreck der Lärm Deh 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 Glaub's mir. Ja, komm. Zombie-Hände kann ich jetzt wahrscheinlich einfach mal getrost ignorieren. So, ich möchte sie wieder drei hoch und dann die Decke drauf. Das war so drei Gänge, also drei Klötzchen haben in der Höhe. Du kannst dir nämlich auch hier schön die Tür reinzumachen. So. Ja, was mache ich noch? Ich erzähle euch einfach mal, was ich noch so ein bisschen vorhabe in meiner Let's Player Karriere. Ich habe jetzt relativ erst angefangen am 7.1. Oder 6.1. ist ja Tales of Monkey Island von mir hochgeladen worden. Die ersten Folgen. Ich mache derzeit ja mit Minecraft und The Book of Unwritten Tales weiter. Oder ich weiß nicht, wer mich vielleicht schon so ein bisschen verfolgen muss. Und danach wird Edna bricht auskommen, ihr Lieben. Das habe ich mir schon zugelegt. Nach Book of Unwritten Tales. Und Edna bricht aus, ist ja bekannt auch durch Harvys neue Augen. Das kennen ja auch ganz viele von euch. Und ich denke mir, das wird auf jeden Fall eine schöne Sache werden. Ich freue mich drauf. Da ich sowieso gerne Adventure-Spielchen-Spielchen mache. Hier wird auch noch Glas kommen. Das wird alles noch schön. So, ich würde jetzt hier schon gerne mal untergraben. Das wird direkt hier. Hier möchte ich aber einen anderen Boden machen. Ich werde auch nicht alles nur mit diesen Holzplanks machen, die ich jetzt hier gerade habe. Wir werden ihn wahrscheinlich auch noch ein bisschen umbauen. Das ist jetzt erstmal nur so, dass wir erstmal Wände haben. Wir werden uns hier nämlich einfach mal so ein bisschen den Bogen zurecht. Das wird eigentlich noch schön, Freunde. Ich bin allerdings ein bisschen traurig. Ich habe noch keinerlei Feedback. Auch nicht von Leuten, die schon geguckt haben bei mir. Ich möchte gerne ein Feedback von euch haben. Was möchtet ihr, dass wir bauen? Ist euch das ganz recht? Quatsche ich euch zu viel? Quatsche ich euch zu wenig? Bin ich euch zu doof? Ich brauche einfach Feedback mal von euch. Und ich möchte dazu gerne die Leute aufrufen, die halt jetzt vielleicht das Let's Play gucken. Hinterlasst mir doch einfach mal ein Comment. Egal wie kurz. Ich möchte einfach nur wissen, was ihr so von mir haltet. So.